Tomislav Pulic, es steht ein sehr wichtiges Spiel gegen Thun auf dem Programm. Ja, es ist ein sehr wichtiges Spiel. Die Situation ist sehr gefährlich, in fünf Minuten vor zwölf. Es ist Zeit für Wacken und wir müssen jetzt den Charakter für den Verein, für unsere Fans zeigen. Wir müssen diesen Match gewinnen und bleiben auch nächste Woche konzentrieren für den nächsten Match. Aber jetzt müssen wir nur für den FC Thun schauen. Ich hoffe, mit einer guten Zweikampf- und Laufbereitschaft, Zusammenhalt und Unterstützung von unseren Fans, wir können diesen Match gewinnen und es gibt alle 100 Prozent und ich hoffe, dass wir diesen Match gewinnen.